Ich will hier nicht sein! So, ich hoffe, hier kommen nicht mehr allzu viele Feinde. Und ich glaube, ich hätte mehr fotografieren sollen, damit wir auch mehr Schaden anrichten können. Na, wo? Zeig dich! Bitte lächeln! Ah, ein A... natürlich. So, nimm die Spritze! Schnell! So, der ist tot. Wo ist der andere? Ha, voll getroffen! Mitten ins Gesicht getroffen! Na, komm, ich will... Ja! Neues Körpertonikum sind es. Hier ist es leid, dass sie von ihren Nachbarn mit installierten Sportboost immer ausgestochen werden. Dann holen sie jetzt Sportboost 2 und stechen sie ihn aus. Äh... Sportboost? Was ist das da? Medical Expert 3? Medical Expert. Dann ersetzen wir mal das. Achso. Störb! Das habe ich jetzt gerade komisch ausgesprochen. So, wir müssen jetzt hier rein. Geh ich mal von aus. Hier haben wir eine EVE-Spritze. Gold wert. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genauso geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich. Wenn sie gut präsentieren... Sieh dich um, Kleiner. Glaubst du, hier unten würden möchte gern Helden irgendwas erzählen? Du hast die traurige Grenze von Rhyme geplatzt und träumen vor dir. Glaubst du, irgendwas hier ist es wert, gerettet zu werden? Dann kannst du ja bleiben und mit dem Helden dieses Tags ablaufen. Was ist da jetzt gerade explodiert? Da hinten hockt einer, den habe ich gesehen. Natürlich! Scheiße! Also der Sonic-Boom gefällt mir. Den lasse ich mal. Okay, ich muss jetzt irgendwie die Dinger da oben ausschalten. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Das sieht ganz gut aus. Ach, Telekinese. Na komm! Schieß! Trau dich! Na los! Wieso schießt denn das nicht? So, das ist auch kaputt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mich so extrem konzentrieren. Ich muss mit meinen Sachen sparen, die ich habe. Stirb! So, fuckish Splicer. Der fuckish Splicer haben wir jetzt gerade mal hier getötet. Nein! Ah, Waffen-Upgrade. Äh, Granatwerfer-Schadenssteigerung. Erfolg freigeschaltet. Volle Upgrades für vier Waffen. Okay, ich speichere mal ganz schnell. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und dann versuche ich einfach mal den Safe zu hacken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt. So. Nein! Okay, kann ich schon vergessen. Na komm! Okay, das wird wohl nichts laden. Dann lassen wir den Safe halt aus und laufen so weiter. Ich hoffe, wir werden das alles hinkriegen. Ach ja, ach ja, ach ja. Es wird auf jeden Fall noch spannend werden. Ich dachte, das wird eigentlich die letzte Aufnahme. Aber wenn es so weiter läuft, wird das wohl noch eine Weile dauern. So, hier habe ich ja alles geholt. Hier ist sonst nichts außer einer Kontaktbiene. Die nehme ich natürlich gerne mit. Und eine Splittergranate. Und sonst ist hier aber nichts. Bis auf den Safe. Den wir aber leider nicht aufmachen können, da unsere... Beziehungsweise da meine... Alter! So, verbrannt. Verbrannt gefällst du mir, mein Freund. So, dann muss ich einmal eine Spritze nehmen. Und dann brauchen wir hier bestimmt wieder Telekinese. Chinese. Na komm. So. Bam, 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 bam. Das ist kaputt. Wie, nichts. Mehr Munition. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. 1921 ist also der Code. Gut, den muss ich mir merken. 1921. Jetzt muss ich mal schauen. Hier war doch auch noch was. Da lade ich mal ganz schnell nach. Und dann müssen wir mal die Kamera ausschalten. Okay. Ach du Scheiße, was soll ich denn hier machen? Einmal Chemo-Werfer, Napalm gesammelt. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, bin ich tot. Das muss man doch irgendwie abschalten können, oder? Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, wie krass das aussieht. Was ist denn das hier überhaupt? Ist das der Generator hier, oder? Naja. Dann gehen wir halt mal weiter. In der Hoffnung, dass wir... ...nimm meinen Körper, ...dass wir nicht mehr verletzen. Aber verschuldet! Ich bin nie so klein. Groß, es endet mit Trä... ...aah! Ah! 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 Wo ist sie? Wo? Ach, wieso trifft er denn nicht? So, jetzt aber. Ach, ich kann nicht noch mehr Leim mitnehmen? Willst du mich verarschen? So, einer wieder in die EVE-Spritze. Äh! Ich glaube, den lasse ich jetzt einfach mal. Bleib mal ganz ruhig, Dicker! Aua! Ich bin doch schon weg! So, die Kamera haben wir auch erledigt. Ist ja schon gut! Was ist das hier? Mann, 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 Mann! Liegt jetzt hier vielleicht irgendwo mal der Stimmverzerrer? Finden Sie den Stimmverzerrer im Testlabor? Glaubst du, du kannst deine Verwandlung in diesem Blecht-Kamarat wieder rückhängig machen? Ha, ha, ha! Die verrückte Gänsemutter hält dein Casting für die Frankenstein-Parade ab! Und du bist ganz vorn mit dabei! Das hätten wir. Jetzt brauchst du noch zwei Dinge. Den Anzug und die Pheromone aus den anderen Labors. Worauf wartest du? Brauchst du eine schriftliche Einladung? Ähm, vier Alarmplatten weniger beim Hacken. Ach, ich hab's jetzt einfach mal in die Gendatenbank gelegt. Ju, invent! Endlich können wir uns was machen. Und zwar mach ich mir da mal... Ionisches Gel. Dann Auto-Hacker. Einmal Explosiv-Schrot. Und das war's auch schon. Kann ich mir so... Was passiert da nicht, wenn ich das hacke? Gar nichts. Okay, jetzt könnten wir theoretisch zum Safe gehen und den automatisch hacken. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was müssen wir denn jetzt machen. Äh, werde zu einem Big Daddy... Aussehen. Finde einen Big Daddy-Helm. Finde einen Big Daddy-Anzug. Finde die Big Daddy-Stiefel. Finde drei Big Daddy-Pheromon-Proben. Ach, du heilige. Scheiße! So, die sind tot. Alter! Willst du mich verarschen? So, der ist auch erledigt. Boah, leckt mich am Arsch. Er findet mir grad mal hier... ...hübsche Sachen. Und dann wird mir gleich ange... ...gegriffen. Na, jetzt... Na, komm! Jetzt lad halt nach! So. Halt! Ach, jetzt bin ich wieder hier. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten Joten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Nur noch ein großes, kaltes Licht. Und für dich gibt es bald eine große, kalte Grube. Willkommen im Zirkus der Werte! So. Ich muss noch mal kurz hier rein. Entschuldigung. Denn ich möchte gerne den Safe noch knacken. Wenn ich wüsste, wo der war. Natürlich. Den lass ich jetzt mal aus. Wo war denn jetzt der Safe? Hier war der doch. Automatisch checken. Ach, Mann! Stirb! Alter, wie viel die aushalten! Oh, Mann! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich. Leute noch... Untertitelung des ZDF, 2020